Guten Abend, ich bin Günter Jauch und seit mehr als 20 Jahren moderiere ich Wer wird Millionär? Das, was ich in dem Zusammenhang übrigens immer am häufigsten zu hören bekomme, das ist, na, ich wäre ja bei Ihnen schon mehrfach Millionär geworden. Ja, und als nächstes wird dann über vermeintliche Nichtwisser gesprochen oder eigentlich mehr gelästert, die auf dem Stuhl versagt haben. Es ist ja auch so leicht, über andere zu urteilen. Zum Beispiel über Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, obwohl sie in der Schule waren. Fast jeder Achte ist in Deutschland von diesem sogenannten funktionalen Analphabetismus betroffen. Und das sind tatsächlich über sechs Millionen Menschen. Die sind übrigens nicht dumm, sondern die hatten vielleicht eine schwere Kindheit, vielleicht nicht die nötige Förderung oder irgendwelche anderen Probleme. Die meisten verbergen das natürlich mit Tricks und der Hilfe von Vertrauten, weil sie sich schämen oder weil sie Angst vor Verurteilung haben. Statt zu urteilen, sollten wir die Betroffenen aber viel lieber unterstützen. Wir sollten sie ermutigen, lesen und schreiben dann einfach zu lernen. Und sie dafür feiern, wenn sie diesen Schritt tatsächlich wagen. Denn es kostet natürlich Überwindung, sich Hilfe zu suchen, weil man dafür erstmal seine Schwäche und die Angst vor der Blamage offenbaren muss. Heute ist Weltalphabetisierungstag. Auch in Deutschland sollten wir gemeinsam daran arbeiten, Analphabetismus abzubauen. Die einen, indem sie helfen und die anderen, indem sie sich eben helfen lassen. Also, trauen sie sich. Lernen sie lesen und schreiben. Denn dazu ist man wirklich nie zu alt. Und ich bin überzeugt, sie schaffen das. So, und wenn Ihnen nun mein kleiner Vortrag gefallen hat oder auch nicht, sagen Sie uns Ihre Meinung.